Bei einem so langen Flug kann sich meine Haut leicht trocken und gespannt anfühlen, sogar rot werden. Sehen Sie? Entweder ich mache eine Kamillenkompresse, das heilt und entspannt die Haut, oder ich nehme zweimal am Tag Kamillgesichtscreme. Kamill enthält natürlich heilende Kamille in einer tiefen Formel. Sie kann besonders tief einziehen und effektiv wirken. Dank Kamill fühle ich mich wieder wohl in meiner Haut. Kamillgesichtscreme. Es wirkt Kamill. Es pflegt ihr Gesicht. Vielen Dank.